Na komm, 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 komm Extreme Monster Wer bist du? Okay Wie jetzt? Da muss ich jetzt nochmal durchlesen Was? Du bist ein Star 20% für Kaffee Kaffeebesuch 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 Rapport Kaffeebesuch Cool Nein Nein Tod Wow So, jetzt habt ihr noch Zeit ein bisschen zu voten und dann Könnte Können wir mal gucken Nur wenn ihr wollt Heißt das Aber Schade 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 Äh, wo haben wir denn? Aua Jetzt häng ich fest Jetzt bin ich gegen geknallt Das ist gar nicht gut Das hat gepocht bestimmt So Dann mach ich mal schauen ein bisschen und Herz und da Und hier Maximum Und Maximum Feuer frei Okay Jetzt können wir jetzt nochmal probieren Das Ding jetzt durchzuziehen Wenn das jetzt nicht wird Äh Werd' ich Ah, dann gucken wir mal Gut So So Oh, die fliegende Arbeit Ich hab da nur geschossen Okay Oh Alter Da macht der mich schon fertig Alter Da macht der mich schon fertig Alter Ist das kühl Ist gemein Ist gemein Boah So Einmal noch Alter Falter Da war das schwer Jetzt gerade Mit wie viel Sechzehn Äh, dreizehn Dreizehn Lehm Oh, tut das gut Da geht's wieder zum big boss Da geht's wieder zum big boss Was ist denn hier los Was ist denn hier los Oh ne Das ist jetzt nicht euer Oh ne das ist jetzt nicht euer Oh ne das ist ja 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 Aber Alter Falter ey Ich verstehe warum die nicht stürmen äh sterben Stürmen So Was hat der denn hier Pistole So Herz Und Das Und Einmal Oh das ist super Aber Die Pumpgun hilft Glo ganz gut Gegen Gegen ähm Die Schneemänner Ja Pumpgun hilft Gegen die Schneemänner Das weiß ich Hups So Danach lachen Ja Hup 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 Alter ey Und und ich habe es geschafft man die jetzt nicht gedacht aber ich habe es geschafft meine Magne wer 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 ist schon wieder kokain schon wieder das ist doch nicht euer ernst gar nicht das finde ich irgendwie nicht gut kokain bekomme ich wundern ich habe eine augenklappe auf deswegen sehe ich nur die hälfte hier von jetzt richtig ja hier richtig rein war das jetzt ja da rein ja come on sauber mann 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 so sind jetzt sie hier und jetzt ist feierabend schätze ich mal nachgeladen ist was glaubst du und Was ist das? Ich bin leider gestorben, leider. Ach man, ey, ist das... Mal sehen, was das nächste Mal wieder kommt. Wenn euch das gefallen hat oder so, einfach mal Kommentare oder so. Wäre nett. Gut. Bis demnächst, euer Thorup. Bis demnächst.